Die AMAX Steckdosenkombinationen von Mannekes vereinen Energie und Daten in einer Produktfamilie und bewähren sich seit Jahren bestens in der Praxis. Von der kleinsten AMAX Steckdosenkombination mit einem Segment über die größte Kombination mit fünf Segmenten bis hin zu den abhängbaren Kombinationen bietet Mannekes für jeden Anspruch die passende Kombination. AMAX hat viele Stärken. Eine davon sind die umfangreichen Bestückungsmöglichkeiten der Kombination. AMAX, die anwenderfreundliche Außenbefestigung, ermöglicht eine schnelle und sichere Ein-Mann-Montage. Nehmen Sie das Gehäuse in die Hand und halten Sie es an die zur Montage vorgesehene Wand. Zeichnen Sie die Markierungen für die Bohrlöcher an. Bohren Sie die notwendigen Löcher und platzieren Sie die passenden Dübel zur späteren Verschraubung. Montieren Sie zunächst die unteren Schrauben an die Wand zur späteren Positionierung des Gehäuses. Passende Leitungseinführungen sind standardmäßig oben und unten vorgeprägt. Schlagen Sie die gewünschte Leitungseinführung aus, bearbeiten Sie die Ausbruchkanten mit einem scharfen Messer nach und montieren Sie die Kabelverschraubung. Befestigen Sie das AMAX-Gehäuse mit den Schrauben an der Wand. Nutzen Sie dazu am besten das optional erhältliche AMAX-Schraubenset. Auch die passenden Kabelverschraubungen sind als optionales Zubehör erhältlich. Öffnen Sie den Gehäusedeckel an den unverlierbaren Doppelgewindeschrauben. Diese erlauben ein besonders schnelles Öffnen und Schließen unter Verwendung unterschiedlicher Werkzeuge. Ziehen Sie die Tragschiene vor, bis diese einrastet. Hierdurch erhalten Sie einen großen, glatten, gut zugänglichen Anschlussraum, der das Einführen der Leitung wesentlich erleichtert. Fixieren Sie die Zuleitung in der Kabelverschraubung und schieben Sie die Tragschienen wieder nach hinten. Entfernen Sie die Ummantelung der Leitung. Entfernen Sie die Isolierung der einzelnen Leiter und schließen Sie diese wie vorgesehen an. Prüfen Sie alle Leiter auf Festigkeit. Schalten Sie die Vorsicherungen im Unterverteiler ein. Anschließend schalten Sie die Sicherungselemente im AMAX-Gehäuse ein. Kontrollieren Sie Spannung und Drehfeld. Schließen und verschrauben Sie den Gehäusedeckel. Sie haben die Möglichkeit, unmontierte AMAX-Gehäuse bei Bedarf übereinander abstandsfrei zu montieren. Hierzu müssen jeweils zwei auf der Rückseite des Gehäuses eingespritzte Membranabdeckungen entfernt werden. Das Ausbrechen erfolgt am besten mit einer Kombi- oder Schnabelzange. Die Abbruchkanten bitte sauber mit einem scharfen Messer nachbearbeiten. Sie montieren zunächst das untere Gehäuse. Die Gehäusebefestigung erfolgt im ersten Schritt ausschließlich mit den unteren Schrauben. Schieben Sie das zweite Gehäuse auf. Richten Sie es aus und befestigen Sie es an der Wand. Nach der Montage des zweiten Gehäuses an den oberen Montagepunkten verbinden und befestigen Sie die beiden Gehäuse durch die Montagedome im Unterteil des oberen geöffneten Gehäuses. Abhängbare Steckdosenkombinationen Ein Kettenset mit drei Karabinerhaken ist jeder abhängbaren AMAX beigefügt. Die Kette zum Abhängen sowie die Deckenbefestigung muss bauseits gestellt werden. Messen Sie die Kettenlänge ab und hängen Sie den Karabinerhaken ein. Montage eines optional verfügbaren Druckluftanschlusses Ein Druckluftanschluss-Set ist optional erhältlich. Wahlweise für einen Druckluftschlauch mit einer Nennweite von 9 oder 13 mm. Der Druckluftanschluss kann wahlweise links oder rechts an der Kombination montiert werden. Für die Montage des Druckluftanschlusses unbedingt die beiliegenden, selbstschneidenden Befestigungsschrauben verwenden und in die vorgesehenen Montagelöcher eindrehen. Den Druckluftschlauch an der Befestigungskette mit Kabelbindern fixieren. Amex bei Manicus Amex bei Manicus